Die Märkischen Kliniken sind der Maximalversorger für den Märkischen Kreis. Gut 1000 Pflegekräfte fümmern sich um die pflegerische Versorgerung der Bevölkerung. Für mich ist einfach wichtig, dass das ein Mensch ist. Von der Körperpflege des Patienten über Medikamente verabreichen. Wir sind ein großes Team. Das Krankenhaus bietet uns auch zum Beispiel das Betriebsfest einmal jährlich. Ein Firmenlauf, das schweißt uns alle zusammen. Man muss erstens Ruhe bewahren. Und Kindern zu arbeiten macht unglaublich viel Freude. Man hat die Möglichkeit sich fort- und weiterzubilden bis hin zum Studiengang. Wirklich immer in Kommunikation bleiben. Man darf nicht schüchtern sein, nicht zurückhaltend sein. Das Lächeln der Patienten zaubert uns die Freude auch in den Körper. Und Familien zusammen in den ersten Stunden, die Familien zu begleiten, die Eltern zu betreuen, das macht mich glücklich. Wir suchen zur Verstärkung unseres großen Teams engagierte Gesundheits- und Krankenpfleger für viele Bereiche unseres Krankenhauses. Und dafür brauchen wir Sie. Wir freuen uns auf Sie.